Sie sagen uns, dass wir unsere Heimat verlassen und aufgeben sollen? Unsere neu gewonnene Freiheit? Wir sollen Ruhe bewahren, während die eiserne Division in Riga einmarschiert? Zur Hölle mit denen! Wir werden kämpfen! Wir werden kämpfen! Wir haben alle Einheiten der eisernen Division für den Angriff mobilisiert. Und Riga ist ab morgen die Hauptstadt des Balkenlandes. Ansonsten werde ich es von der Karte auslöschen. Soldaten, in dieser Schlacht entscheidet sich das Schicksal unserer Nation. Kämpft bis zum letzten Mann! $1,ik� $1,iğ0 an! $1,i0 an! $1,i0 an! $1,i0 an! $1,i0 an! $1,i0 an! Danke fürs Zuschauen, verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.